... auf regelkonform abläuft. Hierfür, lieber Gerhard, bedankt sich der DTTW ganz besonders. Und auch du bekommst von Heike Ahlert unsere Skulptur, die von Kindern hergestellt wurde. Herzlichen Dank für dein Engagement. Gerhard Schnabel und Jörg, danke. Gerhard Schnabel und Jörg und Jörg und Jörg und Jörg und Jörg und Jörg und Jörg.